Er hat seinen Finger angeblich immer am Atomknopf und pokert gegen Amerika, das ihm mit völliger Zerstörung droht. Doch verfügt Kim Jong-un wirklich über Atomwaffen? Vor allem deutsche Raketenbauer widersprechen. Wir sehen hier keine richtigen Stecker, das vibriert ja beim Flug, das schaut aus wie aus dem Baumarkt. Also alles nur Bluff oder eine Frage der Zeit? Tatsächlich sind Kims Agenten seit Jahren hinter fremder Waffentechnik her. Auch mit Hilfe von Nordkoreas Botschaft in Berlin. Da mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass von dort aus Beschaffungsaktivitäten gelaufen sind, mit Blick, aus unserer Sicht, mit Blick auf das Raketenprogramm. Wie nah ist die Welt einem Atomschlag? Sind Kims Entspannungsgesten vor Olympia glaubwürdig? Oder fängt seine Poker-Partie danach erst richtig an? Er verhandelt erst, wenn sein Atomarsenal voll ist und die Welt es weiß. Es ist noch früh am Morgen, als wir uns auf den Weg zu Kims Raketen machen. Mein Begleiter, ein Rüstungsfachmann aus München, Markus Schiller. Seit Jahren wertet er Nordkoreas Waffentests aus, obwohl er nie im Land war. Ich selbst war als Reporter mehrmals da, habe von der angeblich kampfbereiten Armee, aber nie mehr gesehen als Transportlaster mit Holzvergasern, die es Zeugen zufolge heute noch gibt. Eingefrorene Motoren mit Handkurbeln und bedrückende, heimlich gedrehte Aufnahmen aus einem verarmten Land. Hinter diesem Nebel aber vermutet Schiller nordkoreanische Raketen, obwohl wir ganz woanders sind. Auf einer früheren Militärbasis der Sowjets in der Nähe von Odessa. Schiller zählt zu jenen Fachleuten, die nicht an Nordkoreas Fähigkeiten glauben, stets neue Raketen aus dem Hut zu zaubern, die dann sofort pannenfrei fliegen. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie da etwas Hilfe bekommen haben. Wenn man nicht alles selber bauen muss, sondern einkauft, dann fällt es einem leichter. Ein Modell mit Festbrennstoffantrieb kommt ihm bekannt vor. Das ist eine Feststoffrakete. Das ist auch sehr verwunderlich, dass die Nordkoreaner aus dem Nichts heraus eine gute Feststoffrakete bekommen haben. Die Fotos will er später mit Originalbildern aus Nordkorea vergleichen. Auch von dieser aufgestellten Turbopumpe, dem Herzstück jeder Rakete. Also eine Turbopumpe bringt die Treibstoffe in die Brennkammer des Triebwerks. Sie bringt sie von den Tanks in das Triebwerk. So was wie eine Einspritzpumpe. Filigrane Metalltechnologie ist das, die kein Land mal eben so entwickelt, sagt mir Schiller auf dem Weg zurück zum Flughafen. Dort legt er die Fotos neben Propagandabilder aus Pyongyang. Mit klarem Ergebnis. Links sehen Sie die Rakete im Flug im Jahr 2012. Auffallend ist, dass hier die Farbgebung sogar sehr ähnlich ist mit diesem weißen Band hier vorne. Hier hinten noch eine weiße Markierung am Motorgehäuse. Auf der Parade sehen wir die Form relativ gut, die exakt dieselbe ist. Das ist also eindeutig dasselbe Modell, was man hier sehen kann. Auch die russische Einspritzpumpe findet er auf Kims PR-Fotos wieder. Auf Bildern von 2016 und 2017. Das hier ist die Turbopumpe, die wir heute gesehen haben. Auffällig ist dieser Auslass, dieser Gasauslass in seiner Form. Wenn Sie hier auf dem Triebwerk diesen Gasauslass ansehen, wenn man das vergleicht in Details, ist es eine überraschende Ähnlichkeit allein von der Form. Sind Kims angeblich selbst entwickelte Raketen also eher Nebelkerzen? Etwa so inszeniert wie seine Klaköre für seine Propaganda und für die aufgeschreckten US-Medien? Es ist vor allem der frühere UN-Waffeninspektor im Irak, Prof. Robert Schmucker, der Kims Atomprogramm für einen Blöff hält. Schmucker lehrt am Münchner Institut für Luft- und Raumfahrttechnik. Kein Politanalyst, sondern gelernter Ingenieur. Er baute selbst Raketen. In Analysen kommen Schmucker und sein Co-Autor Markus Schiller zu dem Ergebnis, dass Kim Jong-Un Helfer von außen haben muss. Vor allem aus der früheren Sowjetunion. Dieses Triebwerk ist in den 70er Jahren hergestellt worden, ist dann abgerüstet worden. Das heißt, diese Triebwerke sind in großen Mengen irgendwo in Lagern verfügbar. Und wenn da, sagen wir mal, ein Dutzend oder zwei Dutzend fehlen, wer merkt das? Dass Nordkorea sie inzwischen nachbaut, schließt Schmucker aus. Alle, die das versucht haben nachzubauen, sind bisher gescheitert. Der Irak hat es versucht, Indien hat es versucht. Gerade die Triebwerke sind wirklich hochkomplexe Teile. Das sind innen 3000 Grad Kelvin, das ist fast so heiß wie auf der Sonne. Mit extrem hohen Drücken. Und dann darf dieses Triebwerk nicht zwiegen. Das heißt, eine dünne Blechkonstruktion. Und bis das funktioniert, dauert das eben lange. Das muss wirklich geübt werden. Und wir seien in Nordkorea nicht das Geringste, das in dieser Richtung gearbeitet wurde. Auch die Propaganda-Fotos von Kims neuster U-Boot-Rakete seien widersprüchlich. Mal habe sie Heckruder, mal keine. Auf einem Foto fehlten sogar ganze Teile des Hecks. Und Machthaber Kim als hautnaher Zeuge eines riskanten Erstabschusses sei völlig unglaubwürdig. Da fliegen gerade etwa 10 Tonnen Festtreibstoff aus dem Wasser. Wenn die hochgehen, dann ist das ganze Schiff versenkt, auf dem er steht. Selbst die üblichen Vorführertrappen auf Paraden seien hier reines Blendwerk. Und das noch verräterisch schlecht. Es ist wie ein Gemischtwarenladen, für unsere Meinung nach als Blendwerk zu zeigen, ich hab viel. Seltsamerweise haben da sogar die gleichen Modelle unterschiedliche Außenschächte oder Wartungsklappen. Jetzt vergleichen Sie alleine mal. Das ist dieselbe Stelle an verschiedenen Raketen. Die Abstände hierzwischen sind deutlich geringer als hier. Da sehen Sie hier eine Klappe, die sehen Sie hier nicht. Das liegt natürlich daran, wenn ich die Waffe nicht gemacht habe, dann hab ich auch keine Zeichnung davon. Das sind ja alles diese Kleinigkeiten. Alles primitive, billige Modelle. So schlecht gemacht, was wirklich Mitleid hat damit. Die atomare Drohkulisse, nur ein Bluff? Ich möchte wissen, was Fachleute in Südkorea von der These halten. Und ich frage mich, was eigentlich so neu wäre an der Bedrohung. Immerhin lebt die Millionenstadt Seoul seit Jahrzehnten damit, dass der Norden sie schon mit Artilleriefeuer auslöschen kann. Denn bis zur Grenze sind es nur etwa 50 Kilometer. Den letzten Dauerbeschuss hat der Norden im Frühjahr 2017 geübt, unter den Augen Kims. Getroffen würden im Ernstfall dann auch 30.000 in Seoul stationierte US-Soldaten mitsamt ihrer Familien. Ich besuche Chad O'Carroll, Analyst einer Nachrichtenplattform mit Büros in Seoul und Washington. Er warnt davor, Kims Schlagkraft und Zielstrebigkeit zu unterschätzen. Nein, wir folgen nicht der Bluff-Theorie. Im Grunde sind wir an dem Punkt, dass eine Rakete die US-Küsten erreichen kann. Auch wenn nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5, dadurch 20 Millionen Menschen sterben, aus der Sicht der US-Regierung müssen wir das ernst nehmen. Allerdings glaubt auch er, dass das Kim-Regime Helfer im Ausland hat. Und zeigt mir Satellitenbilder von der letzten Parade in Pyongyang. Die Menschenmenge erscheint darauf als rote Fläche, davor die Trägerfahrzeuge. Viele davon hat China geliefert, sagt er. In der Stadt gibt es sogar noch mehr, von denen wir zuvor nichts wussten. Ein oder zwei Kilometer von dem Platz entfernt hat jede Einheit noch ein Ersatzfahrzeug, falls von den anderen vor ihnen eines ausfällt. Auch aus Japan hat sich Kim offenbar versorgen können, etwa mit speziellen Hebekränen. Auf diesen Fotos, die Nordkorea selbst veröffentlicht hat, sieht man, wie der Kran die Rakete auf das Transportfahrzeug hebt. Und das im Herbst 2017, trotz aller Kontrollen mit Blick auf Nordkoreas Waffenprogramm. Das ist kaum zu verstehen. Das Handelsembargo gegen Nordkorea, also voller Lücken? An gesicherten Flussufern entlang fahren wir zur Grenze. An einem Aussichtsposten blicken wir über die Mündung hinweg von Südkorea aus hinüber auf den Norden. Nicht weit davon liegt der Militärstützpunkt Panmunjom. Wo nordkoreanische Soldaten seit Jahrzehnten dem Süden gegenüberstehen, kam es zuletzt zum spektakulären Händeschütteln. Seht her, so die Botschaft des Kim-Regimes pünktlich zu den Olympischen Winterspielen, wir können auch Frieden. Doch ein Zwischenfall zuvor an gleicher Stelle zeigt, wie menschenverachtend das Regime im Alltag vorgeht. Ein nordkoreanischer Grenzsoldat flüchtet sich in die Sperrzone hinein und wird von seiner Einheit noch über die Grenzlinie hinweg beschossen. Ein klarer Bruch des geltenden Waffenstillstands. Vom Süden aus wird der Mann später in Sicherheit gebracht und überlebt trotz seiner Schusswunden. Wer eine durchlässigere Grenze sucht, muss auf die Landgrenze im Norden schauen. Und auf Chinas Brückenkopf, Dandong. Der Blick hinüber nach Nordkorea, die Brücke der Freundschaft. Chad O'Carrolls Netzwerk erhält regelmäßig Bilder aus Dandong. Bis heute, sagt er, sind uns dort keine besonderen Kontrollen aufgefallen. Wir haben dort einige Quellen. Hier sehen wir einen Lkw-Konvoi, der kurz vor der Brücke durch die chinesische Zollstation fährt. Allein für die Menge an Gütern wäre ein Heer von Kontrolleuren nötig. Die aktuellen UN-Regeln verlangen, dass alles gründlich durchsucht wird, damit keine Lieferung gegen die Sanktionen verstößt. Aber an guten Tagen rollen hier 300 Laster über die Brücke, jeder mit vielleicht 40 Tonnen Ladung. Das ist eine Menge. Das sind nicht Kims Waffen. Das sind die Muskelspiele seiner Gegner. Denn dass auch Amerika und Südkorea drohen, stimmt. Deren beharrliche Manöver im Süden sieht Kim als Beleg dafür, dass er Atomwaffen braucht, um sich zu schützen. Und um nicht so zu enden wie der Diktator Saddam Hussein im Irak oder Gaddafi in Libyen. Tatsächlich gab es nach dem Koreakrieg nie einen Friedensvertrag. Das Napalm-Bombardement für Nordkorea eine offene Wunde bis heute. Eskalation drohte seither immer wieder. Entspannung war selten. Aber es gab sie. Kim Dae-jung besucht als Präsident Südkoreas den Machthaber Kim Jong-il in Pyongyang, den Vater des heutigen Staatschefs. Gespräche folgen auch mit den USA. Kim Dae-jung erhält dafür den Friedensnobelpreis. Sein Unterhändler von damals ist bis heute einer der wichtigsten Politikberater in Seoul. Chung In-moon, der erste Diplomat, den wir treffen. Was machte damals die Gespräche möglich? Ganz einfach. Wann immer sich Dinge änderten, hörten sich die USA erst mal an, was Nordkorea sagte. Ohne es gleich zu verteufeln. Sie betrachteten es als normales Gegenüber. Es gab eine klare Führung und funktionierende Gesprächskanäle. Hätte Donald Trump einen Unterhändler betraut oder sein Außenministerium genutzt, wären wir womöglich weiter, sagt Moon. Doch Trump verhöhnte Kim lieber als Raketenmann auf Selbstmordmission. Diese feindselige Rhetorik kann sehr schaden. Und Trump hat damit sein Niveau dem von Kim Jong-Un angeglichen. Auch er sei von Pyongyangs Propaganda schon beschimpft worden, sagt uns Moon, als unwürdiger Handlanger Amerikas. Trotzdem habe er dort weiter den Dialog gesucht und vieles gelernt. Ich traf sie im Norden und sagte, hier bin ich, der Hund der US-Imperialisten. Warum zur Hölle beschimpft ihr mich so? Ich habe immer von Herzen mit euch gearbeitet. Ich habe geschrieben. Und dann sagten sie, aber Herr Moon, das war doch nur die Propaganda. Das ist doch nicht, was wir hier denken. Arbeit ist Arbeit, Propaganda ist Propaganda. Lassen Sie sich doch davon nicht ablenken. Wie aber von außen unterscheiden, was Propaganda ist und was ernst gemeint? Überhaupt, was wissen wir eigentlich über die Kim-Familie, die den Machthaber prägte? Und was über Kim Jong-Un selbst? Schon die Vorstellung, dass er nie hinter Nordkoreas Stacheldraht hervorgekommen wäre, ist falsch. In der Nähe von Bern sind wir verabredet mit einem Schweizer Lehrer. Es ist das erste Mal, dass er ein Interview gibt. Ende der 90er Jahre bekommt er für seine Klasse 7b einen nordkoreanischen Schüler zugeteilt. Angeblich der Sohn eines Botschaftsmitarbeiters. Vorgestellt wurde er als Unpack. Für mich war es ein ganz normaler Junge. Er hat sich auf Deutsch gut unterhalten können. Wir haben Deutsch kommuniziert. Und seine Lieblingskleider waren Sportkleider, Basketballkleider, NBA-Kleider. Bei ihm habe ich, glaube ich, auch fast zum ersten Mal einen MP3-Player gesehen. Erst Jahre später bestätigt eine Gesichtsvermessung Kims Identität. Ja, selbstbewusst sei er gewesen, sagt sein Lehrer, aber nicht vorlaut, trotz der Ausstattung. So ein Trikot kostet 100 Franken. Die Hosen dazu auch noch einmal. Die Nike Air kostet 300 Franken. Und davon war viel vorhanden. War er ein Angeber? Nein, er hat nicht kokettiert damit. Er hat sich nicht dadurch abzuheben versucht von den anderen. Ansonsten war er ein aus meiner Sicht angepasster junger Mann. Während der junge Kim seine Nikes aufträgt, verhungern in Nordkorea Kleinkinder, weil ihre Mütter keine Milch haben. Mangelernährung, Misswirtschaft. Die Schuld gibt das Regime stets dem Erzfeind Amerika. Zeitgleich wird Kims älterer Halbbruder in Tokio erwischt. Angeblich wollte er mit zwei Frauen und mit falschem Pass den Vergnügungspark Disneyland besuchen. Aus Japan wiederum hat das Kim-Regime Schulkinder entführt und jahrzehntelang festgehalten. Damit sie als Lehrer Pyongyangs Agenten japanisch beibringen. Nur wenige von ihnen dürfen später als Erwachsene zurückkehren. Als in Japan die Schicksale der entführten Kinder und weiterer Staatsbürger bekannt wurden, war der Reformer Junichiro Koizumi Premierminister. Sein ganzes Land verfiel in Schockstarre, als Nordkorea die Entführungen zugab. Koizumi erreicht dies in mühseligen, vertraulichen Gesprächen. Sie werden ein Lehrstück über das moralische Dilemma eines jeden, der mit Despoten verhandeln muss. Auch für den Außenpolitiker Hitoshi Tanaka in Koizumis Team. Wir hatten dort 25 bis 30 Vorgespräche geführt. Alle an Wochenenden. Wir hatten einige Zugeständnisse vorgesehen. Eines davon war der Besuch Koizumis in Nordkorea. Das war ja in deren Augen ein Sieg, den sie für sich reklamieren konnten. Die früheren Kolonialherren kamen, um sich zu entschuldigen. Nur fünf der Entführten seien noch am Leben, habe das Regime eingeräumt und großherzig angeboten, sie dürften Japan besuchen. Koizumis Team reagierte nach den Regeln, die er sich zuvor auferlegt hatte. Der Premierminister sagte sofort, dass wir die fünf Japaner sehen wollten. Einer unserer Vertreter traf sie dann und wir glaubten es. Das ist wichtig bei Nordkorea. Es geht ja nicht um Vertrauen oder nicht. Alles ist schwer zu verifizieren, weil es ein verschlossenes Land ist. Es ist nicht demokratisch. Es gibt keine Verantwortung der Führung. Nordkorea warf ihnen später vor, sie hätten nicht Wort gehalten, sage ich, weil die Entführten nicht wieder nach Pyongyang zurückkehrten. Traf sie das? Nein. Ich fragte sie, macht ihr Scherze. Das sind Japaner, die ihr entführt habt. Wie könntet ihr weiter über deren Schicksal entscheiden? Die Tyrannei Pyongyangs. Auch dem Halbbruder, der so freimütig reiste und der als Kims Rivale galt, wird sie zum Verhängnis. Wie andere zuvor lässt Kim ihn offenbar hinrichten. Auf offener Bühne, am Flughafen von Kuala Lumpur. Auf dem Weg zu seinem gebuchten Abflug nach Macau, wo er zuletzt lebte, filmt ihn noch eine Überwachungskamera. Kurz darauf stirbt er an einer Vergiftung. Über den Fall öffentlich zu spekulieren, bedroht Malaysias Führung mit Strafe. Anfragen an Ermittler und Berichterstatter werden uns abgesagt. Allein ein unabhängiger Journalist sagt zu. Ich bekam einen Anruf von meinem Kontakt bei der Polizei. Er sagte, wir hatten gerade ein Attentat oder eine Giftattacke am Flughafen. Wir dachten, es sei ein Südkoreaner. Aber es stellte sich heraus, er ist Nordkoreaner. Er ist ein Sohn von Kim Jong-il und der Halbbruder von Kim Jong-un. Ich sagte, was ist passiert? Er sagte, wir wissen es nicht. Er wurde vergiftet. In seiner Tasche fanden wir 150.000 Dollar. Ermittlungen ergeben, zwei junge Frauen aus Vietnam und Indonesien berühren ihr Opfer mit Tüchern. Die Komponenten eines chemischen Kampfstoffs enthalten und tödlich wirken, sobald sie zusammentreffen. Die beiden Frauen betupften ihn und rannten weg. Er ging zum Infoschalter und sagte, er fühle sich unwohl. Er sei mit etwas beschmiert worden. Sie schickten ihn zur Flughafenambulanz und auf der Fahrt zum Krankenhaus starb er. Über die Frauen hieß es zuerst, eine sei seine Hausangestellte gewesen, die andere seine Freundin. Dann änderten sich die Angaben dahin, dass er sie nicht kannte. Sie seien für die Tat angeheuert worden. Als Drahtzieher finden die Ermittler Männer mit Verbindungen zur nordkoreanischen Botschaft. Doch daraufhin erpresst das Kim-Regime Malaysias Führung, indem es im fernen Pyongyang malaysische Staatsbürger festsetzt. Als Austauschgeisen. Unsere Strafverfolger hatten die Nordkoreaner festnehmen wollen. Dann kam es zu der Kraftprobe zwischen Malaysia und Nordkorea. Das sieht von außen aus, als hätten die Ermittler einen guten Job gemacht, aber dann mussten sie gerade die Verdächtigen gehen lassen, die vor Gericht gehörten. Ja, wir ließen die laufen. Ich weiß nicht, ob es ein Deal war, aber sie wurden gegen die Malaysia in Pyongyang ausgetauscht. Wir haben ja sehr enge Beziehungen. Es gibt direkte Flüge, keine Visumspflichten. Bis letztes Jahr arbeiteten sogar Nordkoreaner in unseren Kohlegruben auf Borneo. Sie haben recht, es sieht nicht gut aus. Wir sind eingeknickt. Aber wenn Sie sehen, womit man Malaysia sonst in Verbindung bringt, Korruption, Intrigen, Finanzskandale, dann ist das so klein. Politische Halbwelten, internationale Kumpanei. Es ist dieses Milieu, das Nordkorea für sich nutzt. Nicht nur in Malaysia. Und nicht nur, um Rivalen zu beseitigen. Auch die UN-Experten, die das Einhalten des Wirtschaftsembargos überwachen, kennen den langen Arm des Kim-Regimes. Ein langjähriger UN-Ermittler im Experten-Team zu Nordkorea ist bereit, uns Einblicke zu geben. Ernüchternde Einblicke für jeden, der auf die Wirkung von Sanktionen hofft. Ich habe nur Schlupflöcher gesehen. Ich fragte mich eher, wo eigentlich die gestopften Löcher sind, weil es so viel mehr Schlupflöcher gab. Es gibt sie nicht nur in China, sondern auch in Russland, Taiwan, Südostasien. Und es gibt Geheimagenten in Europa. Auch er hat Kims Raketenträger im Blick. Gebaut von einem großen Rüstungsproduzenten Chinas. Der Großteil wurde 2011 aus China importiert. Der UNO wurde später die Einfuhr von sechs Fahrzeugen bestätigt. Dazu legte China ein Zertifikat vor, wonach die Fahrzeuge nur in der Forstwirtschaft eingesetzt würden. Raketen zu Timbers, Bauholz also. Schon verstieß Peking nicht mehr gegen UN-Sanktionen. Dabei wurden sie auch in China vom Militär benutzt. Diese Exportfirmen müssen sorgfältiger auf die Sanktionen achten. Aber vermutlich ist es ihnen egal und sie lassen sich gerne täuschen, solange sie Ausreden haben und aus Nordkorea Geld dafür bekommen. Aber die Regierung kann das doch stoppen. Nun, das ist die Frage. Ich bin sicher, sie stoppt es jetzt, nachdem wir es aufgedeckt haben. Das war ja sehr peinlich für Peking. Die Frage ist, wer in China versteht die UN-Resolutionen überhaupt? Na, die Regierung. Nun ja, ich würde sagen das Außenministerium. Aber nicht einmal dort versteht man den vollen Umfang der Resolutionen, weil sie so komplex sind. Wann immer ich mit chinesischen Gesprächspartnern darüber diskutierte, war mein Eindruck, dass sie die Resolutionen, denen sie zugestimmt haben, nicht wirklich verstanden. Oder nicht verstehen wollten. Doch nicht nur China hilft Kims Raketentüftlern. Als 2012 eines ihrer Geschosse ins offene Meer stürzt, fischt Südkoreas Marine die Trümmer heraus. Und entdeckt Erstaunliches. In Handarbeit zusammengeschusterte Teile aus zahllosen Ländern. Auch des Westens. Da fanden sich 14 ausländische Raketenteile. Die meisten davon aus Großbritannien, der früheren Sowjetunion, der Schweiz, China, den USA, Südkorea. Also auch Länder mit rigiden Exportkontrollen, alle überlistet. Aber das kann ein Kabel oder Schalter sein. Oh ja, das sind wichtige Komponenten. Liegt der deutsche Experte Robert Schmucker also richtig, wenn er Kims eigene Raketenfertigung einen Bluff nennt? Ja und nein, sagt der UN-Mann. Es ist tatsächlich Handarbeit. Da wurde ein Digitalkonverter mit Bastelkleber mit einem Stromkreislauf verbunden. Das ist nicht schön und es sieht auch nicht nach Serienfertigung aus. Aber für Nordkorea ist das okay. So bauen sie eine Rakete und danach halt die nächste. Folgt man der US-Regierung, müsste die Welt deshalb jeden Handel mit Nordkorea einschränken und alle Botschaften schließen. Genau das forderte zuletzt ihre UN-Botschafterin. Wir appellieren an alle Nationen, alle diplomatischen Verbindungen zu Nordkorea abzubrechen. Und jede militärische, wissenschaftliche, technische und kommerzielle Zusammenarbeit zu begrenzen. Der Aufruf fand wenig Gehör. Selbst in Washington stieß er auf Skepsis. Auch die ehemalige Unterhändlerin Evelyn Farkas, ebenfalls Nordkorea erfahren, widerspricht. Ich bin mit der Forderung nicht einverstanden. Alles, was den Dialog ermöglicht, ist hilfreich. Auch wenn ich von unseren Diplomaten in inoffiziellen Gesprächen derzeit höre, dass die Nordkoreaner kein Interesse haben zu verhandeln. Weil Kim Jong-un offenbar entschieden hat, dass er erst verhandelt, wenn seine atomare Abschreckung bereit ist und die Welt sie kennt. Auch Deutschland unterhält diplomatische Beziehungen zu Nordkorea, die einst Staatsminister Ludger Vollmer vorbereitet hat. Die Eilmeldung aus Seoul war ein diplomatischer Paukenschlag der Schröder-Regierung. Die Lage im Land ist außerordentlich bedrückend. Die Ernährungssicherheit der Leute ist nicht garantiert. Es wird auf absehbare Zeit immer wieder Hungersnöte geben. Ich bin mit dem Bundesaußenminister einig, dass das gemacht werden wird. Es ist operative Politik, die der Bundesaußenminister macht, die technischen Einzelheiten zu klären. Aber der Grundsatz ist entschieden. Was hinter den Kulissen folgte, hat Vollmer eher befremdet. Denn statt Weltoffenheit peilte Pyongyang gezielt Geschenke an, als Ausdruck der neuen Freundschaft. Auf dieser Basis kam dann einige Monate später erneut eine nordkoreanische Delegation hier an. Und dann rückten sie raus mit ihrem ersten Anliegen. Sie wollten gerne ein Stahlwerk haben und schlugen vor, dass wir ihnen ein Stahlwerk schenken würden, welches Thyssen außer Dienst gestellt hatte. Und ich musste ihnen dann relativ umständlich erklären, dass die deutsche Bundesregierung nicht die Macht hat, auf privates industrielles Eigentum zurückzugreifen, um das einfach zu verschenken. Sondern dass sie in einen Verhandlungsprozess einsteigen müssten, wo es dann auch um Bezahlung ging. Das fanden sie dann gar nicht so gut und haben dann erklärt, das sei jetzt nicht die Erfüllung der Freundschaftspflicht, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und sind relativ entrüstet dann wieder abgerückt. Und das ist ja bis heute festzustellen. Sie plustern sich auf. Und dies nicht etwa, weil sie militärische Eroberungsgedanken hätten, sondern, also es ist fast so eine Art Schutzgelderpressung. Wenn ihr uns nicht Geld gebt, dann werden wir uns weiter daneben benehmen. Doch das Regime wartet nicht nur auf geschenkte Stahlwerke. Die beiden Nordkoreaner, die hier gerade der Spionageabwehr der Ukraine in die Falle gehen, interessierten sich auffallend für geheime Unterlagen. Über die Zufuhr von Flüssigtreibstoff in neueren Raketen. Auch sie hatten Verbindungen zu Nordkoreas örtlicher Botschaft. Ein Gericht verurteilte sie zu Haftstrafen, die bis heute andauern. Unter Verdacht auch Nordkoreas Berliner Botschaft. Zuletzt wurde bekannt, dass sie hier steuerfrei ein Billighotel betrieb. Einnahmen, die womöglich ins Raketenprogramm flossen und die gegen UN-Sanktionen verstießen. Doch auch von hier aus betrieb und betreibt das Kim-Regime womöglich noch massive Auslandsspionage. Da mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass von dort aus Beschaffungsaktivitäten gelaufen sind mit Blick, aus unserer Sicht mit Blick auf das Raketenprogramm, teilweise auch mit Blick auf das Nuklearprogramm. Wir müssen davon ausgehen, dass das, was Nordkorea für das Trägerprogramm gekauft hat, über andere Märkte erworben wurde. Oder durch Schattenkäufer oder Schattenunternehmen im Ausland, die es eben in Deutschland dann erworben haben. Heißt das, Sie würden ausschließen, dass von der nordkoreanischen Botschaft in Berlin weiterhin solche Beschaffungsaktivitäten ausgehen? Nein, ausschließen können wir so etwas nicht. Wenn wir derartiges feststellen, unterbinden wir es. Aber wir können nicht gewährleisten, dass in allen Fällen dies von uns erkannt und verhindert werden kann. Von dem Verdacht sind auch die UN-Ermittler alarmiert. Sie bitten um Details. Allerdings, so überrascht uns der UN-Mann, ohne Erfolg. Wir haben die deutsche Regierung angefragt, nach welchen Technologien die Nordkoreaner suchten. Aber wir bekamen nie eine Antwort. Die Vereinten Nationen baten Deutschland um Informationen und bekamen keine Antwort? Das kam bei den Deutschen recht oft vor. In den meisten wesentlichen Fällen bekam ich nie eine Antwort. Wir bitten den UN-Mann, uns das schriftlich zu geben, damit wir es dem Verfassungsschutz vorlegen können, und zwar vor unserem Interview dort. Auch um Passdaten verdächtiger sei es gegangen, schreibt er, alles relevant mit Blick auf die Sanktionen. Also ich kann Ihnen die Frage insoweit nicht beantworten, weil ich da keine Erkenntnis habe. Regelmäßig beantworten wir jedenfalls alle Anfragen, die über das Auswärtige Amt an uns herangesteuert werden, auch über das Auswärtige Amt zurück. Also dem konkreten Vorgang kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Auch nach Vorbereitung nicht? Auch nach Vorbereitung nicht, weil man mir gesagt hat, grundsätzlich werden derartige Anfragen beantwortet. Aber das ist ein massiver Vorwurf? Also in der Tat ist es ein Vorwurf, aber ich würde aus meiner Sicht nicht sagen, das ist ein ernster Vorwurf, weil ansonsten wäre ich davon ausgegangen, dass man entweder den Präsidenten selbst oder über das Auswärtige Amt sich an mich wendet oder an meinen Vorgänger. Mir ist dies jedenfalls nicht bekannt. Ein Dementi ist das nicht. Der Vorwurf besteht also weiter, dass Deutschland UN-Ermittler nur unzureichend unterstützte. Es sind wohl nicht nur Kleinteile, die den Weg in Kims Raketen finden. Den Erfahrungen Schmuckers zufolge könnte in Konvois wie diesen aus Dandung auch mehr gekommen sein. Transporte sind möglich, das sehen wir. Da geht es nur noch um die Frage der Deklaration. Wir haben Lieferungen nach Libyen gesehen, die wurden als Wasserreinigungsequipment dargestellt und waren Raketenteile. Und die Mengen, die da drüber müssen, sind ja klein. Das ist ja, wir reden ja nicht über riesige Stückzahlen. Sind Kims PR-Posen zwischen Raketenteilen aber auch Beweis für seine Fähigkeiten? Vorsicht, sagen die Münchner. Würde man auch nicht so machen normalerweise. Warum nicht? Einfach mal auf den Boden stellen. Das ist ein hochpräzises, gefertigtes Gerät. Das ist ein Betonboden. Da würden Sie eine spezielle Halterung dafür haben. Und das auch wie ein rohes Ei behandeln. Auch der angeblich flugbereite Sprengkopf. Unglaubwürdig, sagt Schmucker. Kabel schauen auch so komisch aus. Das vibriert ja beim Flug. Das scheuert dann. Also wir sehen hier keine richtigen Stecker. Alles sind problematische Dinge, auch hier. Das schaut aus wie aus dem Baumarkt, muss man da schon sagen. Schlitzschrauben, Sechskantschrauben. Ja, das ist alles irgendwie etwas merkwürdig, das ganze Objekt. Und schließlich die dezent platzierte Skizze, wonach der Sprengkopf auch schon in die Raketenspitze passt. Als Beleg untauglich, urteilt Schmucker. Und bleibt bei seiner Überzeugung. Ich kann nicht von Null auf irgendeine Raketen haben und die dann erfolgreich schießen. Ich bin lang genug in dem Geschäft tätig gewesen, um zu wissen, dass das nicht geht. Wenn Schmucker recht hat, hätte Kim weit weniger Drohpotenzial als er behauptet. Und die Welt mehr Zeit, um zu verhandeln. Doch hat er recht? Und wozu raten frühere Verhandler mit Blick auf Kim Jong-un? Und die zeigen, dass er was hat? Nordkorea blöfft sicher auch. Sie sagen, sie haben eine Wasserstoffbombe, mit der sie eine Langstreckenrakete bestücken können, was womöglich nicht zutrifft. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass sie eine Atombombe von etwa 160 Kilotonnen getestet haben. Das haben wir zuvor nicht gesehen. Sind diese schon klein genug für Raketen? Wir wissen es nicht. Bisher glaube ich nicht, dass sie das hinbekommen. Aber es ist eine Frage der Zeit. Ich bin optimistisch. Deshalb glaube ich, dass es Verhandlungsergebnisse geben sollte und geben wird. Andere Optionen sind da nicht. Die Wirkung von Sanktionen und Druck ist begrenzt. Militärschläge? Südkorea lehnt das vehement ab. Ebenso China und Russland. Was noch? Regimewechsel? Schwierig. Bleiben also nur Verhandlungen und Dialog. Natürlich wird das sehr viel länger dauern. Trotzdem denke ich weiterhin, wenn die USA, Nordkorea, irgendeine Art Friedensangebot machen, wird Kim Jong-un anbeißen. Auch wenn es für ihn eine Herausforderung ist. Wir wollen keinen Krieg. Und wir wollen kein Nordkorea mit Atomwaffen. Wir wollen beides nicht. Um das zu erreichen, gibt es denn irgendeine Alternative, außer geduldig mit Nordkorea zu verhandeln, dabei größtmöglichen Druck auszuüben und auch China zu bitten, dies ernsthafter zu tun. Das beste Szenario wäre, sie haben noch kein volles Atomprogramm und sie frieren es ein, bevor es eins wird. Aber das ist wohl nicht realistisch. Also sage ich eher, sie haben eine atomare Abschreckung. Also treffen wir gegenseitige Abschreckungsvereinbarungen, wie wir sie auch mit China oder Russland haben. Nordkorea wird gegen kein Land der Welt Atomwaffen einsetzen, solange es nicht seine Existenz bedroht sieht. Also eine bevorstehende Invasion. Oder es reicht ein Fehlalarm, wie zuletzt auf Hawaii, um eine Katastrophe auszulösen. Die Hüter des früheren Sowjetstützpunktes nahe Odessa erzählen uns von ähnlichen Vorfällen. Auch hier hätten die Nerven blank gelegen, 35 Meter unter der Erde, weil irrtümlich Atomraketen im Anflug gemeldet wurden. Der Kalte Krieg. Plötzlich lässt er sich nachempfinden. Hier unten saßen immer zwei Soldaten, angeschnallt, um noch den atomaren Gegenschlag zu starten. Um zu entscheiden, blieben ihnen nur 20 Sekunden. Der Rest war offen, sagen Hausherr Michael und Übersetzerin Elena. Sie hätten gleichzeitig zwei Knöpfe gedreht, dann wären zehn Atomraketen abgeflogen, alle auf westliche Großstädte. Der Beginn des Atomkriegs. Können Sie sich vorstellen, frage ich, dass die Welt heute wieder über einen Atomkrieg redet? Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, alle wissen, wie verheerend das wäre, sagt er. Mir macht es Angst, sagt sie. Man weiß nie, was kommt. Es ärg, weil niemand weiß, was man will das nächste Mal machen. Der Mal ist die Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020